Unge-san, konnichiwa. Kyoa desu ne, Unge-san ni iiitai koto ga arimasu. Tokio ni ikanai de, Kansai ni oide. Als ich heute so ein bisschen auf YouTube unterwegs war, hab ich da etwas sehr Interessantes gefunden, und zwar das hier. Aber Tokio ist tatsächlich irgendwas, wo ich gerne auch mal hin würde, einfach weil es halt so komplett verrückt ist. Wenn ich dieses Jahr irgendwo Urlaub machen sollte, dann vielleicht Tokio. Unge, warum Tokio? Komm nach Kansai. Kansai ist da, wo Osaka ist, wo Nada ist, wo Kyoto ist, wo Kobe ist, und noch ganz viele andere schöne Sachen. Ich weiß, das ist ein kontroverses Thema. Die Leute wollen immer alle nach Tokio. Auch viele, ne, YouTuber, Deutsch, YouTuber, Gronkh oder so. Die gehen immer alle nach Tokio, sind dann da. Akihabara, ich weiß, Anime, Games, Mangas, das lieben alle. Da gehen sie sich immer ihre Stoffkissen kaufen mit den Mädchen drauf und so. Ich weiß, aber Japan ist so viel mehr. Nicht nur Tokio. Tokio ist die internationalste Stadt in Japan. Die Leute sind meistens sehr gestresst, die da leben, weil sie viel arbeiten müssen. Die meisten Firmenzentralen sind in Tokio. Es ist also von der Arbeit und vom Leben her sehr, sehr stressig in Tokio, was dazu führt, dass die Leute ein bisschen kälter sind, so in der Tendenz, als zum Beispiel in Kansai, in Osaka oder eben auch hier in der Region. Und deswegen ist Tokio vielleicht nicht so die optimale Wahl, wenn man ein bisschen was von Japan irgendwie mitbekommen möchte, wenn man das denn will. Deswegen, Unge, nicht nach Tokio. Komm nach Kansai. Hier, Osaka. Wir haben da richtig viel für dich zu bieten. Auch vegane Alternativen gibt es hier ebenfalls. Zum Beispiel Okonomiyaki. Kann man sich auch vegan machen lassen. Schmeckt super. Ist eine Spezialität hier. Hier, außerdem sagen die Japaner selbst, Osaka, die Kansai-Region, das ist die Küche Japans. Hier schmeckt es am besten. Na, natürlich schmeckt es in Tokio auch. Auch in Tokio gibt es leckere Restaurants und alles. Ja, klar, keine Frage. Aber ich kenne viele Japaner, die gesagt haben, seitdem ich in Osaka bin, habe ich 5 Kilo zugenommen, weil es hier einfach so gut schmeckt. Also auch vom Essen, für Veganer ebenfalls, soll es hier sehr gut sein. Außerdem haben wir den Gurikon. Ja, da kann man schöne Fotos machen. Wir haben Dotonbori. Wir haben in Osaka selbst viele Möglichkeiten. Wenn du Party machen möchtest, nachts oder so, kannst du ebenfalls machen. Alles voll super Möglichkeiten. Und falls du Anime, Manga und Games stehst, auch da haben wir was für dich. Und zwar Nippon Bashi. Nicht ganz so groß wie Akihabara, aber trotzdem nett. Und man findet alles, was man braucht. Außerdem, und das ist der große Vorteil von Osaka, du hast in der Umgebung einfach total viele geile Städte. Nara zum Beispiel, da kannst du Rehe streicheln. Die verbeugen sich sogar vor dir, wenn du dich auch ein bisschen verbeugst. Es gibt Tempel ohne Ende, den größten sitzenden Buddha in Japan. Die größte sitzende Buddha-Statue im Toho Daiji. Absolut geschichtsträchtig, dieser Tempel. Hat eine große Rolle zur Nara-Zeit gespielt. Nara war nämlich mal Hauptstadt. Einfach wunderbar. Außerdem den Kasuga Taisha. Ist ein super Schrein. Der Weg dahin, links und rechts mit Lampen. Alles voll super. Wirklich, von der Natur her auch. 1A. Außerdem gibt es richtig gute Mochi in Nara ebenfalls. Die gibt es auch vegan. Also auch kein Problem. Kyoto. Ja, was soll man zu Kyoto sagen? Auch ehemals Hauptstadt, da ist heute noch Kultur ohne Ende. Total viele Schreine, total viele Tempel. Es gibt Gion, es gibt den Kyo-Mizu-Deda, es gibt den goldenen Tempel. So viel zu entdecken, da kannst du wochenlang in Kyoto verbringen. Du hast immer noch nicht alles gesehen, kulturell von dem, was es da gibt. Und wenn du ein bisschen ans Meer willst, ein bisschen Hafen sehen willst, aber auch Berge direkt mit dran, ja dann Kobe. Kobe auch absolut super. Geiles Essen, tolle Natur, einfach spitze. Was will man da in Tokio? Ja, und wenn du dann die Menschen noch dazu nimmst, Osaka ist die Wiege des Comedys, des japanischen Comedys. Die Leute hier sind lustig, sie sind locker, sie sind aufgeschlossen. Manchmal sprechen dich alte Omas an und labern dich zu. Ganz egal, ob du japanisch kannst oder nicht. Sondern die sagen mir, wo kommst du denn her? Und so. Leute sind immer locker drauf, alle super nett. Was willst du da in Tokio? Also Unge, weißt du, ich kann ja verstehen, dass die Leute nach Tokio wollen. Ich kann das wirklich verstehen. Und ich war auch schon da in Tokio. Und es ist netter und es ist groß, es ist modern und es ist Wahnsinn, wie viele Menschen da sind. Aber wenn du ein bisschen mehr von Japan sehen willst, von der wirklichen Kultur, so wie die Menschen wirklich drauf sind, wie die wirklich leben, wenn sie nicht gerade arbeiten, da komm nach Kansai. Hier ist echt schön. Ich zeig dir sogar ein bisschen was. Ich zeig dir Nada, ich zeig dir Kyoto, ich kann dir alles zeigen, denn ich wohne hier. Und ich wohne wirklich sehr gerne hier. Wir wohnen auch auf der Hälfte vom Berg. Also in fünf Minuten bin ich auf dem Berg in Natur und Gräben von Bäumen, von Tieren, von Insekten. Insekten, ist vielleicht nicht immer so geil, die Insekten, aber umgeben von denen, es ist einfach super hier. Aussicht auch, perfekt. Gehst fünf Minuten, hast Sicht über ganz Osaka. Was will man mehr? Vor allem, weil du ja schon mal in Tokio warst. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, komm mal nach Kansai. Nach Kansai will irgendwie nie jemand. Die Leute sagen mal, ja, Tokio, Tokio ist das. Ich habe Freunde, die sagen mir, ja, ich bin in Tokio. Sagst du, ja, okay. Wollen wir uns treffen? Sagen die, ja, nach Osaka werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, aber du bist zwei Wochen in Tokio. Was macht man denn zwei Wochen in Tokio? Ja klar, man hat den Fujisan, der muss aber auch einige Zeit hinfahren. Hakone, okay, geile Onsen gibt es hier auch. Kamakura, ja, Kamakura ist in der Tat sehr schön. Aber du hast hier Kyoto, Nara, Kobe und, und, und. Und, also, ich sage es nochmal, Kansai, nioide, komm nach Kansai. Wir haben hier in Kansai alles, was du brauchst für einen super Urlaub. Unge-san, wakatta? Kansai-de, mattiru-de. Ich warte also auf dich, Unge. Wenn du Lust hast, komm gerne mal nach Osaka, komm gerne nach Kansai. Wirklich, die Umgebung hier ist super. Ich kann dir auch gerne was zeigen, wenn du möchtest, wenn du Lust hast, dich ein bisschen durch die Städte führen und dir ein bisschen was zeigen hier, weil ich wohne jetzt hier schon relativ lange und kenne mich eben in der Umgebung ganz gut aus. Heute mal ein bisschen anderes Video gewesen. Aber ich wollte dem Unge das einfach mal sagen, weil halt alle immer Tokio, Tokio, Tokio sind und Japan hat einfach so viel mehr zu bieten. Hokkaido auch, Hiroshima, Hukuoka in den Süden auch, kann man noch reingehen. Also neben Kansai und Tokio natürlich noch ganz viele andere Gebiete. Aber ich wollte es einfach mal in dem Video verpacken. Ich hatte da Bock drauf, ich wollte es einfach machen und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Ich habe persönlich, das möchte ich nochmal dazu sagen, ich habe absolut null gegen Tokio. Ja, gar nicht. Ich stehe da vollkommen neutral gegenüber. Ich mag Kansai lieber, deswegen lebe ich auch in Kansai, aber ich hasse Tokio jetzt nicht und ich kann verstehen, warum Leute nach Tokio wollen. Also so ist es jetzt nicht. Das sei nur nochmal dazu gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr jetzt denkt, ja, Japanisch lernen, das finde ich gut. Ich möchte auch mal nach Kansai. Kommt gerne nach Kansai. Ich habe Links zu Online-Kursen unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann anfangen mit Hiragana Katakana. Habe ich ein paar Online-Kurse gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Oder wenn ihr mal Arbeit hier durch eine direkte Spende unterstützen wollt, könnt ihr das auch tun. Link unten in der Beschreibung. Oder ihr könnt auch gerne meinen Amazon-Affiliate-Link benutzen. Wenn ihr über diesen Link was auf Amazon kauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr. Aber ich bekomme noch eine kleine Provision. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Unge, ich habe dich im Auge. Wenn du nach Japan kommst, wie gesagt, Kansai. Kansai is the way to go. Du musst nach Kansai kommen. Hier gibt es die besten Sachen. Würde ich jetzt einfach mal ganz dreist behaupten. Wir können gerne in den Kommentaren diskutieren. Wo findet ihr es am besten in Japan? Welche Stadt liebt ihr am meisten? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. In dieser Sinne, bis zum nächsten Mal. Sayonara.